Schau, es war hier im Team Gangys. Der nächste Lauf wird gefahren. Hier Millionen Gangrennen. Unterwegs noch einmal das Teamwurlaub vorne. Mit einer Kommission. Die scheinen hier tatsächlich den Ton anzunehmen. Bei den Millionen Gangys. Auf Platz 1 und 2. Millionen Gangrennen ist vorne. Der Wahnsinn geht weiter. Die 219. Der 219. Der 219. Auch mit dem dritten Platz. Und jetzt hier nochmal Spannung. Die sind hier noch nicht ganz klar auf 1 und 2. Denn da kommt der erste Angriff schon auf der Ausland. Die ging ganz spannend. Die eben noch eine Doppelgierung hatte. Aber die ging jetzt verloren. Der 1. Der 1. Der 1. Der 219. Überholt. Der 1. Das ist der 1. der 1. Der 219. der verpassung Team Vorland auf der 2 mit jeden Fall ganz vielen Stoffenboden durch den Überschritte und die mit allen anderen ganz vielen Vorland mit drei Fahrzeugen Kofi Karriere Es werden die Punkte noch einmal bevoneinander gerüttelt Die Junioren sind unterwegs Juniorenbarrieren in Felsenbesseln Vorlesen und die Ziele sind nach unten ein starker Auftritt hier von Niklas Mark von der Modusgruppe auf 1 die 69 auf der 2